It's your boy Skinny P. Willkommen meine Damen und Herren zum heutigen Video. Da ich hier auf YouTube immer mal wieder und vor allem im Livestream recht oft gefragt werde, wie man kostenlos an Skins kommt und wie ich zu den Skins gekommen bin, dachte ich mir, nehme ich geschwind das Video hier auf, das ich dann auch verlinken kann im Livestream, um direkt damit zu antworten und mir nicht jedes Mal den Mund fusselig labern zu müssen. Ich werde euch hier ein, zwei Wege erklären, wie man kostenlos an Skins herankommen kann und auch sagen oder erklären, wie meine Skins zustande gekommen sind und dass sie eben nicht einfach so kostenlos rankamen. Diese Medienproduzentengeschichte, also YouTube, Twitch und alles drumherum, mache ich jetzt seit fast zehn Jahren, also YouTube seit fast zehn Jahren und Livestream seit, ich glaube, drei oder vier Jahren. Und gerade anfangs, die ersten paar Jahre, sind fünf bis zehn Stunden Arbeitstage gewesen und man bekommt nichts dafür, also null. Das sind damals mein bester Kumpel und ich zusammen angegangen, Wollen, man kennt ihn. Es vergingen Jahre ohne irgendwas, also ohne Einnahmen, sei es jetzt Skins oder halt Werbeeinnahmen, wie auch immer, es kam nichts rum. Also sicherlich vier Jahre lang kostenlos gearbeitet. Nach den ersten drei, vier Jahren ist es dann bei mir aufgewachsen zu acht bis zehn Stunden täglich. Und da kam dann langsam was rum, aber eben halt auch erarbeitet. Diese Skins, die man hier sieht, die sind zu 98, 99 Prozent von der Community, die kommen ja auch nicht einfach so. Es kommt ja nicht einfach ein Wildfremder und sagt, hier, hast du was? Vor allem kommt generell kein Wildfremder einfach zu dir rein, wenn du nicht auch was dafür machst, also wenn du dir nicht was aufbaust, dass dann überhaupt Leute Interesse haben, ranzukommen. Manch einer glaubt, man macht den Stream an und wird zugeschissen mit Skins. Aber so ist es nicht. Du musst dir das alles verdienen, durch Arbeit an der Community, mit der Community und so weiter. Natürlich sind hier, aber vor allem auf meinem zweiten Account, auch einige sehr teure Skins dabei, die nicht von der Community kommen, sondern von meinem Partner, also wie zum Beispiel von Skin Baron. Aber eine Partnerschaft kriegt man auch nicht einfach so hinterhergeschmissen. Dafür musst du auch lange arbeiten, bis dich so jemand überhaupt als Partner ansieht und sagt, komm, da könnten wir was machen. Denn, und jetzt kommt der wichtigste Punkt, der ganz essentiell ist, gerade für junge Menschen. Niemand ist auf der Welt, um anderen Dinge zu schenken. Jeder zieht irgendeinen Vorteil oder irgendwas Positives für sich selbst daraus. Auch bei Menschen, wo man glaubt, die sind so gut. Die gehen raus, kaufen irgendwie Essen und schenken es dann irgendwelchen Obdachlosen. Die haben ja meistens auch ein Handy dabei. Da wird eine Instagram-Story gemacht, da wird dann ein Video drüber gemacht und so weiter und so fort. Natürlich ist die Sache, die man macht, gut, indem man was verschenkt. Trotzdem ziehen die Leute was daraus und zwar Reichweite oder sonst was, Publicity. Ich sag hier nicht, dass es irgendwie schlecht ist. Ich will nur sagen, dass fast jeder bei irgendwas etwas für sich selbst daraus zieht. Wenn man jemandem was schenkt, dann macht man das, weil man ihn gern hat und weil man ihm zeigen möchte, wie gern man ihn hat und sich gut fühlt, wenn sich derjenige freut und dann schenkt man. Wenn man sich sehr schlecht fühlen würde, wenn man jemandem was schenkt, dann würde man wahrscheinlich nichts schenken. Ist logisch, aber viele fallen auf sowas rein. Das sind nämlich auch oft die Scam-Sachen. Leute denken, oh, ich kriege da kostenlose Knife. Ich muss nur meine Kreditkartennummer angeben und diesen kleinen Pin. So Sachen gibt es. Natürlich gibt es trotzdem Leute, die einfach aus Herzensgüte Dinge schenken. Aber das sind nun mal meistens keine Wildfremden, die einfach irgendeinem anderen Wildfremden irgendwas schenken wollen, sondern die beschenken dann Leute, die sie gern haben. Und dieses gern haben, das ist eine emotionale Bindung, die aufgebaut wird oder aufgebaut wurde über eine gewisse Zeit hinweg. Die kann man sich nicht einfach so erschnipsen oder erkaufen oder sonst wie. Also schnell ist bei sowas generell schwierig. Ihr bezahlt immer für irgendwas. Auch bei den kostenlosen Wegen, die ich euch jetzt gleich sage, bezahlt ihr mit irgendwas. Keinem Geld, aber mit eurer Zeit oder mit euren Daten zum Beispiel. Das Ende dieser kurzen Einleitung macht dieses Knife hier aus. Darauf werde ich natürlich oft angesprochen, weil es ein besonderes Knife ist. Das Teil habe ich von einigen aus meiner Community geschenkt bekommen. Sie haben es zusammengelegt und mir das einfach geschenkt. Aber einfach heißt in dem Fall auch nicht, dass sich einfach so 10, 15, 17 Fremde zusammenhocken und sagen, irgendwie habe ich Bock Geld auszugeben. Sollen wir dem einfach was kaufen? Sondern eine Bindung ist davor natürlich entstanden. Über eine ganze Zeit hinweg. Man hat zusammen gespielt, man hat zusammen gestreamt, man hat zusammen Spaß gehabt. Und dann schienen es einige für ein schönes Geschenk zu halten, mir das zu schenken. Worüber ich mich natürlich auch sehr gefreut habe. Es ist also nicht einfach so die Community, die einem irgendwas schenkt, sondern es ist etwas, das über lange Zeit aufgebaut wurde. Und auch nie mit dem Gedanken, dass man daraus Skins haben möchte. Ich habe mich nie dazu geäußert. Ich habe nie gesagt, oh ich will Skins haben. Nie. Wege, wie man an Skins kommen kann, möglichst kostenlos, gibt es wie gesagt, also ganz kostenlos nie, weil ihr immer eure Zeit dafür opfert oder eure Daten. Ein Weg ist zum Beispiel Bananatic. Das habe ich euch auch in der Beschreibung verlinkt. Das ist eine Seite, da meldet ihr euch an und macht gewisse Umfragen oder spielt gewisse Spiele, die bei denen gepartnert sind und sammelt dann damit Bananen. Und mit diesen Bananen könnt ihr euch dann halt Skins kaufen. Wenn einem die Spiele zufällig gefallen, da ist O-Game drin, World of Tanks und so weiter, eher so Browser-Games, kostenlose Sachen. Wenn euch sowas eh gefällt, dann könnt ihr da Bananen sammeln und euch kostenlos Skins holen. Ich glaube, wenn ihr O-Game zum Beispiel spielt, dann kriegt man irgendwie 500 Bananen oder so und man kann sich mittelmäßig schicke Skins so ab 1000. Ab 1000 Bananen kann man sich, glaube ich, holen. So ungefähr. Ihr müsst euch die Seite halt mal angucken und gucken, ob euch die überhaupt zusagt. Es gibt auch noch andere Dinge, wie man die Bananen steigern kann, zum Beispiel, indem man halt dann irgendwelchen, ich glaube, Umfragen teilnimmt oder Spiele macht oder sowas, die auf der Seite vorhanden sind. Beziehungsweise intern mit seinem Account halt was macht. Man kann seine Banane, diesen Avatar irgendwie aufbessern und so weiter. Ja, ich glaube, sogar fürs bloße Ein- und Ausloggen bekommt ihr Bananen. Also wenn ihr an Tag 1 eingeloggt seid, bekommt ihr schon mal einen Bonus, ich glaube, von 50. Wenn ihr dann den zweiten Tag euch einloggt, also direkt am nächsten, darauf folgenden Tag, dann bekommt ihr wieder einen Bonus von Bananen. Nicht 50, aber ich glaube, ihr bekommt einen Bonus, der immer größer wird. Da kann man mit seiner Lebenszeit bezahlen und dann Skins bekommen. Ist vielleicht für ganz junge Leute nicht schlecht, die halt viel zocken, weil man sich da dann schnell was zusammenwurschteln kann. Aber das heißt nicht, dass ihr nach zwei, drei Tagen dann direkt so viel habt, um euch einen dicken Skin zu holen. Das dauert sicherlich schon eine Weile. Eine weitere Möglichkeit, bei der man auch mit seiner Zeit und Aktivität zahlt, sind Giveaways. Die mache ich ja auch immer wieder hier auf YouTube und auf Twitch. Sowieso in jedem Livestream gibt es da bei mir Giveaways und da soll man einfach nur mit dabei sein. In den Livestreams zum Beispiel ist man mit am Start, sammelt unsere Streamwährung und kann dann am Ende in dieses Giveaway reinentern, so heißt das bei uns, also den Namen reinsetzen als möglichen Gewinner. Giveaways gibt es bei ganz vielen Leuten auf YouTube und bei Twitch. Das hat ja fast jeder, hat irgendwas laufen, irgendein Gewinnspiel, irgendein Giveaway, irgendwas zu verschenken. Logischerweise haben diese Leute auch irgendeinen Gedanken dahinter. Ich möchte nicht nur einfach jetzt Leute beschenken, das zählt zwar auch dazu, um meiner Community eine Freude zu machen, dennoch baue ich das Ganze so auf, dass auch neue Leute reinkommen, um die Community zu erweitern. Bei den Giveaways solltet ihr aber auf jeden Fall darauf achten, dass sie keine zu einfachen Bedingungen haben. Also fast alle Giveaways auf YouTube laufen so ab, dass der YouTuber sagt, ihr müsst mich abonnieren und das Video liken und noch irgendwas teilen auf Twitter und so und dann seid ihr mit dabei. Bei sowas hat man sehr geringe Chancen, weil ein Abo zu drücken ist extrem unaufwendig. Das kann jeder Vollidiot. Das heißt, in diesem Pool sind wahrscheinlich tausende von Leuten und da ist es schwierig dann zu gewinnen. Besser sind Giveaways, die auf Aktivität laufen, denn da werden schon mal alle raussortiert, die zum Beispiel die Sprache des Giveaways gar nicht kennen. Also ich mache die Sachen alle auf Deutsch. Das heißt, alle Leute, die mich im Video nicht verstehen, indem ich ansage, seid einfach für zehn Tage hier auf dem YouTube-Kanal aktiv, die fliegen raus. Die können schon gar nichts mehr gewinnen, weil sie nicht aktiv sind. Und alle Leute, die sich das Video aus dessen Interesse nicht angucken, sondern direkt ihren Trade-Link reinschicken, können auch nicht gewinnen. Das heißt, es werden hunderte oder gar tausende Leute raussortiert und es bleiben nur noch die zurück, die auch verstehen, was ich sage und die damit auch einverstanden sind. Also sprich, zehn Tage auf diesem YouTube-Account hier aktiv zu sein. Somit kämpft man bei diesen Giveaways nicht gegen tausende von anderen um den Skin, sondern vielleicht mit 40. Da ist die Chance halt viel, 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 viel höher als bei tausenden Leuten. Je mehr dieser Kanal wächst, desto mehr machen dann natürlich auch mit und die Chance sinkt wieder. Aber bei diesen Giveaways sind trotzdem im Vergleich mit gleich großen YouTube-Kanälen viel weniger Leute im Pool, weil ganz viele Leute sich sagen, was, zehn Tage aktiv sein, das ist denen zu viel, obwohl es kostenlos ist, bis auf die Zeit, die man dafür verbringt. Der Punkt, worauf ich hinaus will, ist, dass diese ganzen, ganz fetten Giveaways, wo es heißt, abonnieren und teilen und sowas, da ist natürlich die Chance sehr, sehr gering und mitunter auch einfach viel mit Schmuh, also mit Betrug belegt. Das ist viel einfacher sowas, weil du eh sagen kannst, ja klar, es haben ja tausende mitgemacht und natürlich hat irgendeiner gewonnen, den man überhaupt nicht kennt. Wenn man auf Aktivität aufbaut, dann sieht man ja auch in den Kommentaren, wer wer ist. Also die Leute kennen sich untereinander dann auch irgendwann über die Livestreams und YouTube-Videos verteilt. Und da ist auch die Legitness einfach, würde ich sagen, höher, als bei sowas wie, abonnier einfach meinen Kanal. Das sind schon mal zwei Wege, also die Giveaways und diese Banana-Seite, wie man kostenlos, also ohne monetäre Kosten, an Skins kommen kann. Es gibt sicherlich noch ganz viele andere, aber ihr müsst natürlich auch aufpassen, diese ganze Sparte ist stark mit Scam belegt. Ähnlich wie wenn man irgendwie Hacker werden möchte und sich Hacker-Software runterlädt und das ist dann aber ein Virus. Ihr müsst halt genau aufpassen, was ihr macht. Und am besten Seiten benutzen, die halt bekannt sind. Diese Banana-Seite kenne ich jetzt seit, ich glaube, zwei Jahren oder sowas. Scam wurde ich nicht. Die Seite wird auch von anderen YouTubern empfohlen. Ich habe jetzt aber auch keine Deep-Search-Analyse gemacht, um zu gucken, ob die nicht doch schon mal jemanden gescamt haben. Du gibst deinen Trade-Link an in deinem Profil und dann bekommst du den Skin, den du haben möchtest, halt geschickt. Scams passieren oder fußen eigentlich immer auf fehlender Intelligenz. Also, jemand sagt, kann ich mir deine Waffe ausleihen. Ja, natürlich, hier. Boom. Mitdenken. Bei allem. Passt da auf jeden Fall auf. Kein Skin ist es wert, dass euer Steam-Account weg ist. Und bevor ich es vergesse, sage ich noch geschwind, den Gewinner des letzten YouTube-Giveaways an. Und zwar ist das Kraft-Bild. Monsieur, viel Spaß mit deinem Gewinn. Schreib mir bitte hier unter diesem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und dann werde ich dich nach deinem Trade-Link fragen. Ich wiederhole nochmal, Kraft-Bild hat das letzte YouTube-Giveaway gewonnen. Yay, weiter geht's. Und als Schlusswort will ich auch noch hinzufügen, dass euch die Skins generell nicht so viel wert sein sollten. Also, die sollten für euch nicht das Spielgefühl ausmachen. Wenn ihr Counter-Strike spielen wollt, dann spielt ihr vor euch hin. Ihr braucht dafür keine Skins. Vielleicht bekommt ihr irgendwann mal einen Random gedroppt. Ist übrigens auch natürlich noch ein Weg, den man gehen kann, indem man einfach CSGO spielt. Da gibt's auch Drops. Also, ein Kumpel von mir hat mal eine 10 oder 20 Euro M4 gedroppt bekommen. Es geht. Also, sowas kann passieren. Da war ich dabei. Ja, das war's. Vielen Dank für die Kommentare. Vielen Dank für eure Däumchen. Ihr wisst, dass ich alle Kommentare auch durchlese und beantworte. Also, freue ich mich natürlich über Feedback. Ihr könnt auch gerne eigene Wege noch hinzufügen, wie ihr denkt oder wie ihr an kostenlose Skins schon gekommen seid oder wie ihr glaubt, dass man an kostenlose Skins kommen kann. Ja, wir sehen uns dann morgen im Livestream, 18 Uhr. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.